Hallo alle Tafelunterstützer, Tafel-Wismich-Unterstützer. Ja, ich unterstütze auch aber so hinten rum und zwar zeige ich euch mal wie einfach das geht. Ganz einfach. Ja, ich sage zu einfach. Ich vergröße mal eben hier. Augenblick. Noch nicht. So. Okay, ich werde mich mal nach oben links und nach unten rechts. Ich glaube unten rechts verschiebe ich mal eben. Aber verkehrt. Ja, immer diese Vorfühlobjekte. So, wie sehr groß? Ach ja. Immer dieses Vorfühlobjekt. So, was machen wir eben kleiner hier. So. Ich bin hier unten rechts, ne? Okay. Der ist okay, der ist okay. Okay. Dann würde ich mal sagen, wie ich die Tafel unterstützt. Tafel-Wismich, ne? Zeige ich mal eben. Ich habe heute schon gezockt. Und zwar, ne? Ja, MSN. Wie ist der Wetter heute? Ja, ja, ja. Jetzt. Ja, ja, ja. Heute, Donnerstag der Zehnte. Da ist gleich. Ja, wir haben schon spät. Wir haben 23 Uhr. Regen, Regen, Regen. Ich muss morgen einkaufen fahren. Okay, darum geht es doch nicht. Und zwar, wie unterstütze ich die Tafel? Duisburg, Tafel-Wismich, ne? Und zwar habe ich hier, ne? Da gehe ich auf meine Microsoft Rewards. Gute Arbeit. Ich habe heute schon alles erledigt, ne? Sieht man ja, ne? Gut, auch noch ein Tag bis zur... Und dann gehe ich mal hinten. Dann könnt ihr mal sehen, wie das aussieht. So. Ups. Ah. Jetzt habe ich in meiner Führung verboten. Ne? Verfügbare Punkte. Hallo, Thorsten. Ne? Da bin ich ja. Hallo, Thorsten. Muss ich kann mal überhaupt? Ach, da oben habe ich den gefangen. Stufe 10er 2. Häufige Punkte 210. Ja, es ist wieder Herbstzeit, Winterzeit, Frühjahrzeit. Da bin ich kaum auf Balkon oder unterwegs. Gute Arbeit. Noch ein Tag. Ne? Und, ne? Bereit für süßes oder saures. Habe ich auch schon fertig. Die habe ich heute alles schon fertig gemacht. Da gibt es mal Points. Ja, Ebenen 2 ist erforderlich. Äh. Ich habe im Sommer Spieß selten. Also, das ist so... Ich habe noch irgendwo ein Zärtiger. Äh, Augenblick. So. Ich beeile mich, damit wir nicht so groß wird. So, äh, ja, ne? Ja, sieht man ja. Am ersten gespendet. Aber der kommt noch dabei. Also, er sieht ja dann 1400 Dinger. Da sind wieder... Ich weiß, wieviel noch kriegt der. Okay. Dann macht man hier, ne? Da kriegt man an, kriegt man da an, ne? Kriegt man dann Points und Points. Ja, ne? Dann ist hier auch schon eine Spende. Einlösen. Ja, und das wird dann ungerichtet. Jetzt weiß ich nicht. Ich glaube, äh, 100... 100 Points sind ein Orgel, glaube ich. Das wäre dann 100 Points. Ne, ich weiß ja nicht genau. Äh, ich habe keine Ahnung, wieviel Geld das ist. Aber auf jeden Fall ich habe immer Kleinigkeiten am... Am 1.11. gespendet, ne? So, ich würde jetzt gerne zeigen, wie das geht. Aber ich habe heute schon wieder alles gemacht. Okay. So unterstütze ich Tafel, äh, Tafel Duisburg, äh, Tafel, duisburg, e.V. gespendet. Ich kann auch alles machen. Äh, äh, das ist weiter unglaublich. Tttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttt spenden sie da wie auch das wenn sie alle spenden punkte an tafel der kommt auch noch die tausende bei ok das ist ein schönes spiel was spielt nicht da lernt man auch okay ich habe mich kurz ich bin schon spät ich muss später mal nach sieben und gleich mitternacht ok also das mache ich dann da so unterstütze ich die tafel mit ein paar kleinigkeiten könnte spritt kaufen marmelade kauf habe ich gerade gelesen ja oder oder andere sachen ja wenn er 100 100 mitmachen und dann mal je monat ja da kommt schon einiges zusammensatz richtig okay ich sagte mal tschüss wo bin ich hier wo ich da bin ich ja ich mache mir wieder größer muss er wesentlich abschied sagen da bin ich wieder okay so unterstütze ich die tafel habe ich die hände das sieht man aus der schatten ja okay dann wie ich sage schönes gebäude ich bin mal vorbeigefahren und auf ein neues dafür ist ruhig okay ich sag mal tschau sechs minuten ja das reicht ja aber kurz erklärt so ne tschau 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 gude Lungen!